Mein Name um Bianca. Uh! Mein Name um Bianca. Bianca, sie hat mein Ende gebracht, mein Ende. Wenn ich euch sage, Ende, mein Ende. Ich sag euch so. Also an alle, die nicht wissen, Bianca ist Manuel seine Ex-Frau Nadia. Wir haben geguckt, wir haben kennengelernt, wir haben gedatet, wir haben gemacht, wir haben getan. Wen hab ich kennengelernt? Bianca. Bianca Schlo. Von Anfang an, sie war Schlo. Sie hat am Tag vier Wörter gesprochen. Vier. Wisst ihr, was diese vier Wörter waren? Die vier Wörter waren, Salamu Alaikum und Alaikum Salaam. Das war's. Hat gereicht, damit man sich verliebt hat. Crazy, ja. Ja, wir sitzen im Fernsehen, gucken, essen, dies, das. Okay, wir sehen uns morgen. Alaikum Salaam. Das war's. Ich hab gesagt, perfekt. Eine Frau, die die Wörter spricht dir an, wir bringen mit dir. Ich heirate dran. Boah, ne, Digga. So eine Frau ist auch nicht nice, ja. Also, Bruder, eine Frau, mit der du nicht kommunizieren kannst, Bro. Sowas find ich ja gar nicht attraktiv. Aber crazy, ja. Manuel, sie mag's so, Digga. Also, Frauen, die sich ein bisschen bedeckter halten, ne. Die nicht viele Wörter sagen. Zack, da hat er sich verliebt. Ich hab gesagt, perfekt. Sie sah gut aus. War bloß. Das war's. Das war's.